Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 10. Oktober 2017 Heute können wir mit einer guten Nachricht rechnen und das schenkt uns Leichtigkeit oder ein Lachen. Aber heute lernen wir auch etwas. Auf unseren Gesprächen achten. Wie vermitteln wir etwas? Und wo liegt unsere Lernaufgabe gerade? Mal Nein zu sagen oder unsere Meinung vertreten oder etwas bestimmen. Wenn das zu schwer fällt, dann zweifeln wir an uns selbst. Wenn wir aber die Leichtigkeit verspüren, dann haben wir unsere Lernaufgabe auch bewältigt. Und das, was das Schicksal uns gerade bietet. Diese Himmelsbotschaft ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, wie ist Ihre persönliche Himmelsbotschaft? Passend auf die jetzige Situation. Das können Sie auch als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at denderasusannamedici.com Und schreiben Sie bitte dazu mein persönliches Himmelsbotschaft und Sie erhalten blitzschnell die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage, pro Botschaft 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.